Servus Fotofreunde, in diesem Video geht es um das nagelneue Canvas Pro 13 von Huyun. Und erst werde ich euch mal zeigen, was in der Box alles drin ist, dann welche Funktionen es hat, wie man die Downloadsoftware herunterlädt bzw. dann einstellen kann und was es da drin zu finden gibt. Und dann mache ich natürlich einen Test auch zum Zeichnen in Photoshop. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so denkt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wofür ihr das Tablet braucht und was ihr damit hauptsächlich macht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, netterweise habe ich das geschickt bekommen, um es auszuprobieren. Und die Firma ist Huyun, das ist eine sehr, sehr bekannte Firma und das hier heißt Canvas Pro 13 mit 2,5K. Und das ist ganz neu auf dem Markt. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, was da alles so drinnen ist. Und auf der Rückseite kriegt man schon mal eine kleine Übersicht, was man alles darin findet. Und grundsätzlich ist es so, dass es einen IPS-Bildschirm hat, eben mit 2,5K QHD Plus Auflösung. Und die Nummer der Pixel pro Inch sind 266. Dadurch ist der Bildschirm sehr scharf und detailreich. Wenn man das vergleicht mit dem traditionellen 16 zu 9 Display, ist dieses 1,6 Mal höher und ziemlich ähnlich zu der goldenen Ratio, also zum goldenen Schnitt. Und dadurch kann man eben deutlich mehr Inhalte sehen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir aber doch erstmal rein, wie es denn tatsächlich in Real Life ausschaut. Und ja, mir gefällt die Verpackung ja schon echt super. Denn man hat einfach schon mal direkt ein wertiges Gefühl in der Hand. Und hier ist es drinnen. So schaut es von beiden Seiten aus. Dann packe ich das auch mal direkt kurz aus. Außerdem ist dabei ein faltbares Clipboard, also auf das man dann das Canvas 13 Pro stellen kann. Und ja, jetzt holen wir es mal raus. Das macht auch wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Und es gibt auch eine so eine kleine Kurzanleitung dabei, wie man das falten kann. Das ist auch gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, dass man am Anfang mal relativ kräftig es auseinander machen muss. Also es sind so kleine Clips. Und an denen muss man doch mal etwas stärker ziehen. Da dachte ich am Anfang, da mache ich was kaputt, wenn ich fester anziehe. Aber das hat super funktioniert. Und das ist eben aufgeteilt in ein oberes kleines Fach sozusagen. Und dann nochmal dieses größere darunter. Und diese beiden kann man dann einfach nach hinten ausklappen. Und sie in die dafür dazugehörigen Raster reinsetzen. Und dadurch den Winkel, also die Neigung von diesem mobilen kleinen Schreibtisch sozusagen einstellen, wie man es möchte. Ja, was haben wir hier noch drin? Hier sind Handschuhe drinnen. Also ein Handschuh, sagen wir so. Ein Handschuh, den sieht man hier. Den werde ich euch nachher nochmal etwas genauer vorführen. Und auch ein kleiner Quickstart Guide. Die liebe ich ja auch total, dass man nicht eine lange Anleitung durchlesen muss. Sondern einfach nur fünf Schritte hat und dann direkt starten kann. Den Handschuh zieht man einfach so an und hat dadurch keine Touchbedienung vom kleinen Finger und vom Ringfinger. Und kann sehr gut arbeiten und verschmutzt auch das Display nicht so. Der Quickstarter Guide ist dann aufgeteilt in ja eigentlich nur eine Handvoll Punkte und mit dem kann man auch das Gerät recht schnell in Betrieb nehmen. Dann ist hier noch der Stifthalter dabei. Und in dem Stifthalter sind auch die weiteren Minen zu finden. Denn die Minen im Stift können ja ausgetauscht werden. Und da sind eben diverse verschiedene andere Minen noch mit dabei. Hier ist der Stift drinnen. Das zeige ich dir auch gerade nochmal. Der Stift ist ergonomisch für die Hand gebaut. Hat zwei Tasten und die druckempfindliche Spitze. Und ist ein digitaler Stift PW517 mit der Stifftechnologie 3.0 für weiches Schreiben und ohne einen echten Malstift sehr gut malen zu können. Dann sind noch diverse Kabel dabei. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten das Canvas Pro 13 anzustecken. Die werde ich dir dann auch nochmal ganz kurz vorstellen. Und die Kabel sind an sich alle dabei bis auf den Netzstecker, den du brauchst für USB-Anschluss. Das heißt, den Netzstecker für USB, den solltest du selber zu Hause haben. Die meisten haben so ein Zuhause oder diesen nochmal nachkaufen. Ansonsten ist ein USB-C auf USB-C, ein USB-C auf USB und noch ein USB-HDMI-Kabel dabei, um eben die verschiedenen Anschlüsse möglich zu machen. Und das Tablett ist sowohl für Windows-PCs als auch für Macs zu benutzen. Der Stift hat 8192 Stufen der Sensitivität und kann auch die Sättigung verändern und die Schärfe, wenn man den Druck verändert. Das Tablett ist 10 Millimeter dick und wiegt 1 Kilogramm. Das Display schafft 145% S-AGB, also QLED. Und die rückseitige Hülle ist aus Aluminium gemacht und hat dadurch feine Texturen und eine gute Wasserresistenz. Außerdem gibt es sieben programmierbare Tasten, die natürlich super sind und die ich dir auch später nochmal zeigen werde, wie du diese Tasten programmierst. Außerdem wird der Parallaxe-Effekt minimiert und das Display ist auch extra gegen Reflektionen, gegen Schimmern ausgestattet. Die maximale Helligkeit sind 220 CD pro Quadratmeter, also im Maximum. Und die Response Time, also bis quasi er realisiert, dass der Stift auf das Tablet draufdrückt, sind 25 Millisekunden, was wirklich kurz ist. Auf der Seite huium.com slash download kannst du dir dein Programm für deinen PC herunterladen und musst dann noch ein paar Dinge bestätigen und dann verbindet sich das Tablet mit dem PC. Es kann dann als Bildschirm oder als Bildschirmerweiterung genutzt werden. Hier zeige ich dir jetzt nochmal kurz das Menü, das ist oben aufgeteilt in Stiftanzeige, digitaler Stift und Store. Und unter Stiftanzeige kannst du Taste drücken und Arbeitsbereich auswählen und dann dort die Tasten nach deinen Wünschen programmieren. Dazu wählst du dann oben links deine Taste aus und gehst dann ins Untermenü und kannst dort zwischen den verschiedenen Feldern, Tastaturtaste, Maustaste, Schalter, Programmstarten, Systemanwendung und so weiter variieren. Und da würde ich einfach empfehlen, klick dich doch mal durch und schau, was zu deinen Anwendungen passt, ob du gerne möchtest, dass man damit Programme starten kann oder ob du lieber Tastenbelegungen dort drauf hast oder auch zum Beispiel wie hier Multimedia und Musik steuern kannst. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, das zu belegen. Dann hast du noch die Möglichkeit, sozusagen weitere Tasten in den Tasten zu belegen und das ist das sogenannte Schnellmenü. Wenn du dort auf Individualisieren gehst, hast du jetzt hier nochmal sechs Funktionen, die du zusätzlich hinzufügen kannst. Dann können wir nochmal rüber zu den Stifteinstellungen gehen. Die findest du oben in der Mitte unter Digitaler Stift und dort siehst du schon, kannst du die vordere und die hintere Taste belegen und auch da klicke einfach mal drauf und scroll durch die verschiedenen Möglichkeiten. Du kannst eben auch Tastatur tasten, also wenn du zum Beispiel für Photoshop eine Tastatur-Taste brauchst, kannst du diese dort hinzufügen oder auch wieder das Schnellmenü aufrufen, Drugempfindlichkeit, genau. Also dort kannst du dann zum Beispiel deine Wunscheinstellungen für dein Programm machen. Es gehen auch Tasten wie zum Beispiel Escape. Dazu klickst du dann einfach hier in das Feld rein und drückst diese Escape-Taste und hast sie damit hinzugefügt. Wenn du dann hier unten auf Passen Sie den Stiftdruck anklickst, kannst du dich hier dann nochmal auch den Stiftdruck anpassen und rechts kannst du quasi auch nochmal einfach wie reinmalen in dieses Feld und gucken, ob das so für dich in Ordnung ist. Unter dem Hauptmenü kannst du auch noch ein Backup machen, dieses kannst du exportieren und importieren, um deine Speicherungen, also um deine Einstellungen direkt abzuspeichern und unter Allgemein gibt es halt noch allgemeine Sachen wie Hotkey oder Spracheinstellungen, genau. Und dann noch den Über, also einfach die Daten über dieses Tablet. Dann zeige ich dir noch schnell die Einstellungen, wie du die Größe auf dem Pad variieren kannst. Das heißt, du siehst die Ecken oben links, unten links, oben rechts und unten rechts werden dem Pad zugeordnet. Das heißt, wenn du mit dem Stift nicht so große Bewegungen machen möchtest und einfacher damit arbeiten, wie es sozusagen bei einem kleinen Pad der Fall wäre, dann kannst du das hier variieren. Und genauso auch noch gedreht mit 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad. 180 Grad macht vielleicht Sinn, wenn du jemandem was auf dem Kopf zeigen möchtest. Genau, also hier weißt du schon mal, wo du das verändern kannst. Die Informationen über das Tablet habt ihr jetzt schon. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich in der Praxisanwendung schlägt. Und dazu öffne ich erst mal Photoshop. Hier haben wir jetzt ein Bild, das ich für den Kanal von unserer Sternschnuppe, wie man schon sieht, also unserem Haflinger und meiner Tochter. Und hieran wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie man quasi mit dem Zeichenwerkzeug auch zurechtkommt. Und dafür drücke ich jetzt mal die Taste B, gehe auf den Pinsel und wähle mir jetzt mal hier eine Farbe aus. Das geht mir so in Richtung gelblich, heller Gelbton. Oder ich nehme mir einfach mal ein Auswahlwerkzeug. Also diese Farbe, schauen wir mal hier, diese Farbe aus der Mähne. Okay, und von der Pinselart her, gehen wir mal ein bisschen runter. Da habe ich so Haarpinsel hier, Haarpinsel, drücke nochmal daneben. So, und jetzt kann ich hier kleine feine Haare mal einzeichnen und schaue einfach mal, wie das vom Druck her geht. Drücke ein bisschen fester und weniger fest. Gut, also man sieht schon, man kann da wirklich sehr fein zeichnen. Klar, das ist jetzt noch nicht ganz genau so, wie man das dann letztendlich haben will. Aber es geht ja jetzt hier um einen kleinen Test. Im Prinzip sind halt alle Tasten, wie auch bei dem Wacom-Tablett, zu programmieren. Und das ist halt wirklich das Angenehme, dass man sich seine eigenen Funktionen auf die jeweiligen Knöpfe legen kann. Gut, also das ist jetzt Spielerei. Natürlich, ich bin jetzt keine Zeichnerin. Deswegen wird bestimmt mein Zeichenergebnis hier jetzt nicht ansatzweise so sein, wenn eine professionelle Zeichnerin, die damit mehr zeichnen möchte, machen möchte. Aber man sieht schon, man kann hier wirklich eine Haarstruktur schon hinzufügen. Das Schöne an diesem Tablett ist halt, dass man den Bildschirm wirklich direkt hat. Das heißt, ich kann direkt hier auf meinem Bild zeichnen. Das ist zum Beispiel mit dem, also an sich kann das Wacom auch, aber mit dem Tablett, was ich habe, da sehe ich das ja nicht drauf. Das heißt, ich habe es angeschlossen an meinen PC und gucke auf meinen PC. Hier kann man eben direkt drauf schauen. Und mit dem mitgelieferten Aufsteller kann man das natürlich auch noch ergonomisch recht gut an sich anpassen. Das ist ja in diesen, wie gesagt, diesen zwei Stufen verstellbar. Ich habe jetzt hier die niedrigere Stufe gewählt und finde, das ist eigentlich für meine Zwecke jetzt schon recht gut. Vom Gewicht, es wiegt ein bisschen was, es ist aber wirklich auch sehr dünn. Also man kann es toll auch mitnehmen, wenn man das möchte. Etwas unpraktisch finde ich die Verkabelung. Da hätte ich mir gewünscht, dass man es wirklich nur an den PC anschließen kann. Falls ich mich da täusche, dass man das doch kann, dann wäre es lieb, wenn ihr mir das auch in die Kommentare schreibt. Aber so wie ich das verstanden habe, muss man das Tablet immer separat an eine Stromquelle anschließen. Und das ist jetzt der einzige kleine Nachteil, den ich jetzt hier sehe. Denn damit bin ich einfach nicht ganz so flexibel und unabhängig wie mit Tablets, die man entweder gar nicht anschließen muss oder eben nur an den PC anschließen muss. Ja, alles in allem kann ich sagen, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, hochwertiges Tablet und kann es sehr weiterempfehlen. Sag mir doch mal, ob du dieses Tablet hast oder ein anderes und was du gut findest. Und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Dann Janina. Dann sagen Sie mal, bis zum nächsten Video. Zum nächsten Video. Vielen Dank.